Swiss Crypto Jay, dein YouTube-Channel rund um das Thema Krypto und Vermögen. Ein wunderschönen guten Morgen, liebe Crypto-Family. Wochenende vorbei, neue Woche hat begonnen, am Wochenende war kompletter Sellout. War das jetzt das Ende? Fallen wir weiter? Ist der Bärenmarkt bestätigt, ja oder nein? Auf all diese Fragen möchte ich eingehen und euch auch zeigen, welche Möglichkeiten jetzt genau passieren können. Was ist eingetreten, was ich eben gesagt habe? Alles nach dem Intro. Ja, Freunde, elf Punkte, Fear und Creed Index, so mit Extreme 4, richtig, richtig Angst. Ja, also wenn ihr jetzt schon 100% Asset zur Verfügung habt, geht nicht toll in. Lern ein bisschen technische Analyse, schaut, wo die nächsten Levels sind und dann geht stufenweise an. Kauft stufenweise ein in Projekte, die ihr euch natürlich informiert habt und nicht einfach blindweg irgendwie in einen Shitcon investieren. Ich empfehle euch da auf der sicheren Seite zu bleiben, dann bist du mit Bitcoin sicher besser bedient. Ja, und in den Medien geht es gerade rundherum, rund um Panikbereiche, auch wieder mit neuen Zieltargets geht es jetzt auf 29.000, 28.000 runter und tiefer. Da komme ich gleich in der technischen Analyse dazu. Ich empfehle euch aktuell, solche Berichte, wenn möglich, fern zu bleiben. Ja, geht lieber in Informationen rein, die wichtiger sind, als das dazu kommt, dass ein Wochenende da war. Ja, wir haben noch einen Cap zum Wochenende, gleichzeitig natürlich auch noch zu unseren aktuellen Aktien. Also muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Unter der Woche würde ich das wieder ein bisschen anders bewerten, aber gerade nach dem Wochenende solche Berichte finde ich immer sehr, sehr gefährlich. Ja, und dann haben wir natürlich viele, die da jetzt denken, ja, was passiert denn jetzt, wenn Bitcoin weiter und fällt? Was passiert mit den Institutionellen, die da grossartig investiert sind? Tesla, MicroStrategy, etc. Ja, wir haben hier natürlich das Problem mit dem Marshing Call und da haben wir den Fong Lee, CFO von MicroStrategy, der natürlich gesagt hat, wenn Bitcoin unter 21.000 Dollar fällt, dann hätten sie technische Probe, also nicht technisch, finanzielle Schwierigkeiten. Respektive, auch in diesem Bericht sagen sie, wir haben noch relativ viele Bitcoins, ungesicherte Bitcoins, die wir verwenden können, um eben den Preis noch mal ein bisschen runterzudrücken. Also hier gibt es tatsächlich noch Möglichkeiten, man darf aber eins nicht vergessen, sie haben hier natürlich ein Bitcoin-Darlehen gemacht, ja, und das ist eben dennoch ein bisschen gefährlich. Auch wenn sie jetzt sagen, ja, wir haben noch Reserven, wie hoch die sind, wissen wir nicht, wir sind nicht in die Karten von MicroStrategy, das ist ein bisschen gefährlich. Man hat auch versucht, da ein bisschen mit denen in Verbindung zu drehen, da kommt aber keine Stellungnahme, also man weiss wirklich aktuell gerade nicht, wie das ist. Manchmal ist nichts zu sagen, auch gut, ja, aber ist auf jeden Fall sicherlich gefährlich. Ja, eben hier noch mal, wir haben wirklich Möglichkeiten, das Ganze noch ein bisschen weiter nach unten zu drehen. Wenn wir jetzt aber ein bisschen in die Datenfakten gehen, sehen wir, dass wir in den letzten 24 Stunden haben wir noch mal knapp 100 Millionen liquidiert, davon 80 Millionen Longs und etwa 18 Millionen Shorts. Das mit den Shorts finde ich ganz, ganz krass, weil das würde bedeuten, das sind wieder extrem viele in Short-Rennen mit extrem hohen Hebeln, dass die liquidiert worden sind. Das ist krass, ja. Aber man sieht auch hier, über 81 Prozent wurden Longs liquidiert. Das ist echt eine dicke Nummer. Aus diesem Grund, die, die bei uns jetzt mit dabei sind, muss man sagen, auch wenn wir jetzt kurzfristig noch in einem Minus sind, wir wurden nicht liquidiert. Wir haben alles richtig gemacht bisher. Gut, ja, dann wie sieht es aktuell aus Long-Shorts-Verhältnis im Stundentakt. Da sind die Longs gerade ein bisschen übermächtig, da komme ich aber auch gleich dazu. Kann natürlich heute ein recht spezieller Tag werden, aber das schauen wir in der technischen Analyse an. Ja, und zu gutem Schluss, wie sieht es aktuell mit der Rendite von Bitcoin aus? Da sehen wir das im Mai aktuell, sind wir knapp bei 10 Prozent Verlust. Ja, also immer noch ein bisschen weniger als im April. Nichtsdestotrotz fallen wir immer tiefer um. Was bedeutet das jetzt mit tiefer Fallen? Haben wir den Boden gefunden, ja oder nein? Auf was muss man achten? Welche Möglichkeiten stehen uns gerade günstig, nach oben zu kommen? Und welche Ziele wären eher Richtung Süden? All das habe ich vorbereitet. Bis gleich. Tschüss. Ja, Frau, wir starten gleich mal im Monatschart. Um die erste Frage zu beantworten, die natürlich von vielen Leuten reingekommen sind, viele gesagt haben, hey Jay, jetzt musst du mir da mal wirklich sagen, was genau meinst du eigentlich jetzt mit Bernmark bestätigt? Ja, dafür will ich natürlich gerecht werden. Aber es ist auch wichtig, dass ich es eigentlich schon x-tausend Mal erklärt habe, aber ich kann es gerne nochmal tun. Sobald wir natürlich hier, ja, also wie erkennen wir überhaupt mal irgendeinen Trend, ja, sind wir bullisch oder bärisch, ja, das sind immer verschiedene Aspekte. Wenn man von einem Bärenmarkt oder Bullenmarkt redet, dann empfehle ich euch natürlich höhere Timeframes zu nutzen, nicht irgendwie das Halbstunden-, Stunde-, Vierstunden-Chart. Das hilft euch da natürlich nicht wirklich daran zu sehen. Zyklen empfehle ich euch natürlich im Monatschart anzuschauen. Das ist extrem wichtig, denn hier haben wir natürlich immer gesehen, wir haben höhere Tiefs gebildet und natürlich höhere Heisse, wie wir es hier oben sehen. Also es hat eigentlich sehr gut funktioniert, somit sind wir auch immer noch im Bullen-Run gewesen. Was dann auch wichtig war, auch Marcelino, Dave und Robin haben mich so ein bisschen gefreut. Ja, warum? Kannst du mir das irgendwie erklären, wieso du immer noch im Bullen- und nicht im Bärenmarkt warst? Und das möchte ich auch erklären, denn viele haben gefühlt immer, wir sind seit vier, fünf Monaten mit Preiskorrektur. Das ist natürlich nicht korrekt. Das sehen wir anhand der Kerzen, wir hatten drei Kerzen und man sagt sowieso immer, erst ab der vierten Kerze redet man dann von einem bestätigten Bärmarkt in der Regel. Jetzt kommt aber was dazu, das sollte man natürlich auch nicht unterschätzen. Wir haben eine untere Trendlinie und diese Trendlinie hat uns ganz klar gesagt, wohin die Reise geht. Gleichzeitig haben wir keine Abwärtstrendlinie gehabt, zumindest bildet die sich wahrscheinlich jetzt erst, sondern wir haben hier auch wieder einen Boden gesehen. Hier haben wir einen Boden gesehen, wie sich das Ganze entwickelt. Wir haben gesehen, dass wir hier eigentlich einen kleinen Stopp gesehen haben. Ob jetzt es hoch oder runter geht, spielt man keine Rolle. Aber man hat so eine Art Windstopp gehabt. Somit redet man hier nicht von einem Bärenmarkt, was wir hier gesehen haben, sondern von einer grösseren Korrektur, die eben einen Eintritt in den Bärenmarkt wahrscheinlich macht. Das ist wichtig. Es ist auch umgekehrt genau das Gleiche. Bevor ich eigentlich in einen Bullenmarkt zurückkehre, mache ich eine Korrektur dann natürlich im Sinne der Bären, bis ich dann ebenfalls wieder zurück oder einen neuen Bullenmarkt sehe. Und aktuell ist es so, dass wir eben diese Trendlinie gebrochen haben. Also wir stehen aktuell bei 33'500 plus minus, das Low. Damals im Januar war bei 32'900. Da sind wir noch nicht zurückgekehrt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass wir hier eben noch fallen können. Und gleichzeitig hätten wir dann das BKS2-Szenario. Denkt daran, ich habe plus minus, war das September, Oktober, wo ich eigentlich alle angefangen habe zu warten. Und wenn wir da hineintreten, das sind die Levels, wo ich sehe. Und jetzt ist es wichtiger denn je, dass man diese Levels noch mal vor Augen holt. Wir haben die 33'000er Linie, also eigentlich sind es die 32'000er Marke. Wir haben die 23'000er Markte und wir haben plus minus die 10'000er Marke. Genau diese Levels sind wichtig für uns, weil dahin wäre es relativ gut möglich zu fallen, dann sollten wir jetzt diese Kehrtwende gemacht haben und bestätigen. Und jetzt kommst du, jetzt hast du gesagt bestätigen und sagst du wieder sollte. Da komme ich jetzt auch noch mal darauf zu. Es ist halt immer ein bisschen komplexer, einen Chart anzuschauen, der natürlich mehrere Informationen gibt. Und dafür gehen wir zuerst in den Wochenchart und dann in den ausführlichen Vierstundenchart. Im Wochenchart sehen wir aktuell, dass wir diese obere Trennlinie vom ehemaligen Falling Wedge so als kleine Leitplanke haben, nach unten. Somit haben wir die Möglichkeit, mit jeder neuen Kerzenbildung sehen wir die maximale Tiefe, die wir aktuell sehen. Aktuell wäre jetzt hier 28'700, nächste Kerze dann wäre es schon bei 27'000 und so weiter und so fort, bis wir dann plus minus schon bei 23'000 unten wären. Also diese Trendlinie, die müssen wir uns sehr, sehr gut im Auge halten, die ziehen wir uns gerne dann mit, damit wir uns auch dementsprechend damit orientieren können. Auch die vom Trendkanal, die Linie gilt dann wieder als Widerstand. Somit haben wir hier auch schon wieder eine Trendlinie, die uns immer wieder sagt, okay, wie hoch können wir denn kommen, bevor wir überhaupt darüber schiessen. Und da gibt es jetzt noch eine kleine Lücke. Und diese Lücke schauen wir uns nämlich im Vierstundenchart an. Im Vierstundenchart ist es etwas ganz Interessantes. Bevor wir aber bei Bitcoin jetzt hier reingehen, müssen wir, damit wir es verstehen können, den Nesek anschauen. Den Nesek habe ich hier, ich habe euch am Wochenende, vor dem Wochenende, habe ich euch noch gesagt, Leute, passt auf, wir haben hier unten ein Cap. Und dieses Cap beim Nesek werden wir schliessen. Und das ist genau passiert. Also wir haben dieses erste Cap geschlossen. Wir haben hier unten aber noch zwei, die auch noch geschlossen werden müssen. Und die passen sehr gut zu 23'000 oder 10'000 Dollar von der Bitcoin-Grenze. Also es ist das hier. Wenn wir hier runterfallen, dann haben wir auch die anderen Ziele relativ gut erreicht. Und deshalb ist es sehr wichtig zu verstehen, dass wir das eben auch erreichen können. Für viele, die es jetzt eben nicht sehen. Aber da geht es jetzt nicht darum, irgendwelchen Angstfaktoren zu publizieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Was jetzt sehr, sehr viel wichtiger ist, zu verstehen, was kann jetzt alles passieren. Denn wir haben natürlich jetzt hier, wir haben das geschlossen. In der Regel gibt es dann immer einen kleinen Bounce nach oben. Hier oben haben wir auch noch zwei, die dürfen wir nicht vergessen. Also es ist auch noch eine schöne Reise von hier unten. Ja, aktuell stehen wir hier. Von hier unten nach oben reden wir von etwa 16%. 16 bis 17% Preisanstieg wäre also immer noch machbar. Aber, jetzt kommt noch ein Aber. Wir haben noch was dazu. Und zwar nämlich bei Bitcoin. Bei Bitcoin haben wir ein neues Cap eröffnet, wollte ich sagen. So. Und dieses Cap ist genauso wichtig. Wir sehen, wo wir hier gestartet sind. Das ist nämlich hier. Ebenfalls wichtig. Unser Cap. Und das kann uns wieder hochbringen auf plus minus 36.000 Dollar. Und das relativ schnell. Weil dieses Cap wird auch hier in der Regel geschlossen. Hier oben sehen wir die Eröffnung, die Jahreseröffnung. Hier unten sehen wir das Ganze, wie es gerade aktuell aussieht. Also die Möglichkeit von diesem Cap, das steht und fällt natürlich jetzt mit dieser Woche. Und jetzt zurück zum 4-Stunden-Chart. Ebenfalls sehr wichtig. Wir haben im 4-Stunden-Chart unsere Rebuys gesetzt. Wir haben hier bei 34.400 und natürlich nochmal bei 33.000 der zweite doppelte Boden. Also wir haben den ersten doppelten Boden, den zweiten doppelten Boden. Der zweite doppelte Boden ist eine sehr heikle Angelegenheit. Weil wir sind nahe am Bad Case 2-Szenario. Das ist wirklich gefährlich. Und wir haben hier nochmal bei 30.000 Dollar haben wir nochmal die untere Support-Grenze. Das ist die aller, allerletzte Support-Grenze von den Bullen, die ich meines Erachtens gesehen habe. Danach wird die bärische Kraft umso stärker und massiver sein. Auch die psychologische Grenze. 30.000. Bam. Jetzt sieht man plötzlich wieder eine zweite vorne. Viele, viele machen Angstverkäufe. Und das ist natürlich eher schrecklich als gut. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich hier auch unsere Indikatoren, die uns ein bisschen mitreden. Also wir haben hier mal ein sehr gutes Niveau erreicht bei der RSI, wo man sagen kann, okay, wir sind in einer guten Kaufzone. Dennoch, nochmals, bist du Anfänger da draussen, würde ich dir empfehlen, schau einfach zu, investiere nicht. Ich gehe in keinen sinnlosen Trade hinein, weil da kannst du aktuell nur Geld verlieren. Dann haben wir ja gesehen, es gibt ja genügend Leute, die sich liquidieren lassen haben. Also da muss man auf jeden Fall vorsichtig sein. Ja, und jetzt muss es natürlich die Frage, wie geht man hier vor? Man kann jetzt zwei Szenarien machen. Man kann, für die Erfahrenen, kann man diese Level shorten, indem man sagt, okay, BDC zu USDT, gutes Paar, um zu shorten. Gleichzeitig kann man natürlich die Einstiege dann aber auch nutzen, um nochmal long zu gehen, um eben diese Capschliessung nach oben zu erreichen. Jetzt haben wir aber noch bei Nestec genau das Problem, dass er den nochmal tiefer fallen kann. Wir haben ja unten noch zwei weitere Caps. Es kann natürlich sein, dass die zuerst geschlossen werden. Das ist sehr schwierig, dafür braucht man natürlich viel mehr Informationen. Ein Mann kam noch zu mir und hat gesagt, du Jay, wie sieht es eigentlich mit Gold aus? Weil, wenn doch Bitcoin fehlt, müsste doch Gold ebenfalls steigen und nicht fallen. Und natürlich hat man hier recht, ja, das ist schon richtig. Aber, eins vergessen sehr viele, bei einem solchen Crash, den wir ja aktuell sehen, und gleichzeitig die Drohung da ist für eine Rezession, nehme ich natürlich das Geld aus den Goldreserven heraus und investiere sie clever schon wieder in Aktien, zum Beispiel Tesla oder SpaceX, was auch immer. Solche Punkte, wo man sagt, okay, das sind eigentlich interessante Unternehmen, die eben auch langfristigen Horizont haben, da möchte ich jetzt eigentlich mein Geld investieren, weil ich da natürlich einen höheren Faktor aushole, als das, was ich bei Gold habe. Das mal zu dem, das ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Und wenn man natürlich jetzt die Charts anschaut, dann muss man natürlich jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich die Aktien am Wochenende geschlossen haben. Wie die jetzt darauf reagieren, wird spannend. Während sie jetzt nachziehen zu Bitcoin oder eben zieht Bitcoin wieder nach oben, dann wäre es natürlich sehr interessant. Und da haben wir natürlich einiges, das wir wieder gut machen könnten. Also wir haben hier, bis wir bei Gold wären, wäre es knapp 19 Prozent, bis wir bei SP500 sind wir bei 13 Prozent und dann nochmal knapp 11 Prozent wären wir dann beim Nasdaq aktueller. Und dann plus, minus zu 200 EMA sind es auch nochmal 17 Prozent. Also da haben wir auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, aber es bleibt natürlich spannend, liebe Freunde. Es bleibt extrem spannend und ja, ich zu meinem Teil halte hier auch an meinem Plan fest. Ihr wisst Bescheid, ich bleibe da dran. Ich bin natürlich auch gleichzeitig Short wie Long, das muss man sagen. Bei der Short-Technik ist es aber so, dass ich da eigentlich immer auf gewisse Levels hingehe und gleich wieder raus. Bei Long ist es so, dass ich die Akkumulationsstrategie mit den Rebuys weiterhin so plane, bis ich natürlich irgendeine gewisse Situation erkenne, wo ich dann selbstständig sage, okay, jetzt müssen wir hier reagieren. Aktuell ist aber alles so, wie es gerade ist. Ich mache noch ein paar Anpassungen im Academy Club. Ansonsten würde ich sagen, habt ihr jetzt alle Informationen, die ihr braucht. Und ja, mir gibt es dazu nichts zu sagen, liebe Freunde. Wir bleiben dran am Ball. Ich halte euch auf dem Laufen und sage Tschüss aus der Schweiz. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Vielen Dank.